Hi! So, hier bin ich mal kurz und habe euch ja gesagt, ich wollte euch mal vom Arno eine ersteigerte Pfeife vorstellen. Dazu habe ich die denn jetzt mal mitgebracht. Und zwar ist das eine von einigen Pfeifen. Und zwar ist das die Crown Viking Maidenhead, Denmark. Ich habe noch eine Crown Viking, die ich damals im Pfeifen für 5 Euro ersteigert habe. Und da passen die halt sehr gut dazu. Und zwar ist das diese, etwas schöne große Handliche. Was macht das? Achso, falsch. Ich dachte gerade, die Kamera wäre ausgegangen. Ja, das ist, wie gesagt, diese. Sieht so aus. Und was ich ganz toll fand, die sieht denn so aus. Diese schöne eckige, fand ich sehr originell. Und deswegen habe ich mir die denn gekauft bei denen. Ich fand es sehr schön, hier auch so ein paar Würdi-Eyes gut zu sehen, wenn man das erkennen kann. Ja. Die wollte ich vorstellen, kurz zeigen. Und das wäre es auch schon gewesen. Können drauf. Liebbar. Ja. Ja. Ja.